Was hatten wir bisher? Wir haben uns am Anfang, ja mehrere Wochen lang, mit Grundlagen beschäftigt, über Artefaktgebrauch, Differenzerfahrung, interaktive Systeme und die Architektur der Wahrnehmung. Und dann haben wir angefangen, das in die Praxis umzusetzen. Zunächst mit einem großen Block über die Präsentation, also über das Aussehen von Objekten und die Anordnung von Objekten. Und dann sind wir übergegangen zum Bereich Interaktion, nämlich Eingaben, Verarbeitung und Ausgaben. Und damit sind wir jetzt zu Ende gekommen und jetzt geht es weiter in den Bereich, den wir Orientierung nennen wollen. Da steckt dahinter, dass es, wenn wir eine Nutzungsschnittstelle gestalten, wir das in der Regel nicht einfach nur auf einer einzigen Bildschirmseite machen können, auf der alles drauf ist und auf der wir alle Objekte haben und auch noch Eingaben und Ausgaben bekommen, sondern in der Regel haben wir mehr zur Verfügung an Funktionalität, an User Interface oder auch an Inhalten, als wir auf genau einer Bildschirmseite darstellen können. Und genau darum soll es jetzt nun gehen in diesem Bereich der Orientierung. Dieses erste Video dazu oder das erste Thema, was aus mehreren Videos sicher bestehen wird, beschäftigt sich mit den Übergängen. Also wie komme ich von einem zum anderen? Und wir werden da drei neue Forderungen aufstellen. Hier sind sie schon zu sehen. Das erste Wichtige ist die Erschließbarkeit. Hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Differenziertheit bei der Rückmeldung. Und die war ja auch schon sehr, sehr wichtig. War ja ein sehr wichtiges Kriterium, eine sehr wichtige Forderung. Und dann geht es noch um andere Forderungen, die sich vor allen Dingen um Stabilität ranken. Dass wir also eine Welt gestalten, eine User Interface Welt, eine Nutzungsschnittstellenwelt gestalten, die stabil ist. Und dafür brauchen wir die interne Konsistenz und die Kontinuität. Fangen wir jetzt erst mal an mit der Erschließbarkeit, aber führen uns noch einmal vor Augen, was das Problem eigentlich ist. Ja, solche Systeme wie das, was hier auf der rechten Seite abgebildet ist, das haben wir nicht so oft. Das ist ein Software- oder ein Hardware-System. Natürlich ist es eine Kombination aus beidem. Das findet man bei uns im Gebäude des Heinz-Nixdorf-Instituts in einem der Vorlesungssäle. Das ist eine BIMA-Steuerung oder generell eine Mediensteuerung. Und alles, was diese Mediensteuerung kann, ist auf diesem einen Bildschirm abgebildet. Ich kann jeden Status von den Geräten dort sehen und ich kann alles schalten auf genau diesem einen Bildschirm. Es ist immer nur dieser Bildschirm zu sehen mit diesen Objekten drauf. Das ist äußerst selten. Da gibt es nur wenige Systeme, die wirklich so sind. Selbst einigermaßen eingeschränkte Systeme wie ein Fahrkartenbuchungssystem, der Bahn, so ein Automat, hat natürlich schon mehr als eine Bildschirmseite. Und dann funktioniert das nicht mehr so auf diese Art. Aber davon sind wir eigentlich so ein bisschen immer ausgegangen bisher noch, wenn wir über die Präsentation und auch über die Interaktion gesprochen haben. Wir sind noch nicht so richtig darauf eingegangen, wie wir das gestalten, wenn wir größere Mengen haben. Und dieses Beispiel hier unten soll man so ein bisschen an Panda oder Paul erinnern, also ein System, um Kurse zu verwalten. Schaut euch das an. Da unten sind drei Objekte. Diese drei Objekte kann ich jeweils irgendwie bearbeiten. Aber ich schaffe das nicht alles innerhalb dieser einen Darstellung. Ich kann den Stundenplan nicht hier mit drin darstellen, wenn ich einen neuen Kurs anlegen will, brauche ich irgendwas Neues. Für Kurslöschen muss ich irgendeine Einblendung machen. Das ginge sogar noch mit dem, was wir bisher schon besprochen haben. Aber auch Einstellungen zum Beispiel, wenn ich ein Einstellungsfenster brauche, dann mache ich irgendwie einen Kontextwechsel. Und um solche Fragestellungen soll es jetzt gehen. Wir beginnen, wie ich eben schon mal sagte, mit der Erschließbarkeit. Und was steckt hinter der Erschließbarkeit? Erschließbarkeit bedeutet, wie es hier steht, alle Handlungsalternativen, Zielzustände und erreichbaren Inhalte durch wahrnehmbare Objekte zu visualisieren und zugänglich zu machen. Ja, was bedeutet das denn jetzt? Was würde zum Beispiel Erschließbarkeit in einem Hörsaal in der Universität bedeuten oder auch in jedem anderen Raum, in dem ihr euch vielleicht jetzt gerade befinden würdet? Was sagt euch oder was seht ihr an der Einrichtung eines Hörsaals? Nehmen wir mal das Hörsaal, das haben wir natürlich alle parat, wie ein Hörsaal so aussieht. Was in diesem Hörsaal alles so möglich ist? Und da gibt es eine ganze Menge. Zum Beispiel seht ihr die Türen und seht an den Türen klinken. Und ihr seht dadurch, welche Funktionalität dieser Ort im Raum hat, dass man an der Stelle diesen Raum verlassen kann. Das seht ihr dadurch, dass man das sieht. Also ihr müsst das nicht wissen, ihr müsst nicht irgendwie euch mal auswendig gelernt haben, wie man das macht, sondern ihr habt einen optischen Hinweis darauf, wie das funktionieren kann. Das kann man Affordance nennen, also so eine Art Angebotscharakter. Das gibt es in physikalischen Umgebungen nahezu immer. Wenn ich zum Beispiel in ein Büro gehe und da steht ein Schreibtisch drin, dann sehe ich durch die Existenz dieses Schreibtisches, wo ich Dinge ablegen kann. Und was ich wie machen kann in einem Raum, erschließt sich mir im großen Stile dadurch, dass ich sehe, wie der Raum eingerichtet ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass alles, was ich sehe, immer gleich selbstverständlich ist. Also nicht, dass da eine Fehlinterpretation jetzt kommt. Wenn wir jetzt die Außerirdischen wären, die Jahrhunderte später auf die Erde kommen und finden unsere Räume und Schreibtische und so vor, dann ist für die Leute wahrscheinlich gar nicht so klar, wofür das Ganze ist. Aber für uns, die wir einen gemeinsamen Kontext haben und wissen, dass man in einem Büro zum Beispiel Dokumente ablegen muss, wird durch die Einrichtung des Büros quasi klar, wo und wie man das kann. Wir können uns also durch die Einrichtung eines Raumes erschließen, was in diesem Raum alles möglich ist und wo und wie ich was erreichen kann. Das Ganze brauchen wir auch in Software. Das heißt, wir müssen auch in der Software etwas haben, was uns ermöglicht zu sehen, was alles möglich ist, was es alles noch gibt, welche Handlungsschritte man machen kann, welche Zielzustände man erreichen kann, so wie es hier in dieser Definition steht. Und wenn wir uns das mal historisch betrachten, dann ist das durchaus eine große Errungenschaft, die irgendwann in der Softwaregeschichte so über uns kam. Da hat man das entdeckt bzw. hat das dann angefangen einzubauen. Schaut euch das mal hier an auf der linken Seite, die Software WorldStar, über die wir ja schon gesprochen haben im Interaktivitätskapitel. Was seht ihr da? Ja, ihr seht eine Bildschirmaufteilung mit einem Bereich unten, wo der eigentliche Inhalt des Ganzen steht und einem Bereich oben, der ja ein Menü darstellt und wo drin steht, was man alles eingeben kann. Das heißt, diese Software zeigt am Bildschirm an, welche Eingaben möglich sind, welche Funktionen aufgerufen werden können und was damit dann erreicht werden kann. Also da steht dann zum Beispiel, dass man, um nach rechts zu gehen, STRG-D drücken muss und um nach links zu gehen, STRG-S drücken muss. WorldStar war für Systeme gebaut, die teilweise keine Cursor-Tasten hatten. Und deswegen war das noch so notwendig. Aber auch andere Sachen, also ich kriege zum Beispiel, dass ich, wenn ich STRG-K drücke, dann kriege ich alle Blockbefehle angezeigt und so weiter und so fort. Und das kann ich mir erschließen über das, was am Bildschirm steht. In AppleWorks von 1985, das sieht man da am Apple II, diese Software AppleWorks, da ist das einigermaßen ähnlich. Da hatte ich allerdings eine relativ große Fläche für den Inhalt, wo ich schreiben konnte oder was weiß ich da machte. In diesem Programm waren ja mehrere Möglichkeiten gegeben. Und ich hatte nicht überall angezeigt, was alles für Eingaben möglich sind, was alles für Tastenkombinationen möglich sind. So war das ja damals immer. Aber es gab eine Anzeige, wie man ein Menü aufrufen kann. Und wenn ich dieses Menü aufgerufen habe, dann kriegte ich diese Sachen entsprechend angezeigt. Das heißt, ich hatte zwar einen Schritt mehr, aber ich konnte mir trotzdem über das, was am Bildschirm zu sehen war, erschließen, wie diese Software zu benutzen ist. Ich konnte also einfach jemanden davor setzen oder mich selber davor setzen und konnte mir dann über das, was am Bildschirm zu sehen war, klar machen, was alles möglich sein wird. Das ist Erschließbarkeit, dass man diesen Zustand erreicht. Das war zum damaligen Zeitpunkt nicht unbedingt üblich. Und ich zeige euch jetzt die andere große, wichtige Software, die ja für den Erfolg des PCs, vor allen Dingen in Büros, verantwortlich ist, nämlich die Software Visicalc, also die erste Tabellenkalkulation. Und die hatte das überhaupt nicht. So innovativ sie war, was das räumliche Positionieren von Zahlen und Text in Feldern anging und quasi das Programmieren auch in diesem gleichen Bereich, das ist ja das Tolle an einer Tabellenkalkulation, die eigentliche Steuerung der Software war sehr, sehr problematisch. Denn wie kriegte man es zum Beispiel hin, eine Datei abzuspeichern? Woher soll man das wissen? Schaut euch mal diesen Bildschirm an, vor allen Dingen den linken. So sah ja Visicalc aus. Oder ich wollte eine Datei laden. Wie mache ich denn das? Ja, es wird mir nichts angeboten an dieser Stelle. Ich habe keine Möglichkeit irgendwie zu sehen, was ich alles machen kann, was ich für Eingaben machen kann. Ich muss schon wissen, dass ich einen Schrägstrich eingeben muss, einen Slash eingeben muss und dann kann ich ein Kommando eingeben. Und wenn ich das mache, wenn ich diesen Slash eingebe, dann sagt mir Visicalc auch, welche Buchstaben ich dann eingeben kann, welche Kommandos alle möglich sind. Aber wie sagt es mir das? Seht es euch unten an auf dem rechten Bild. Ja, es steht da, ich kann eingeben B, C, D, F, G, I, M, P, R, S, T, U, V, W und Minus. Aha, jetzt weiß ich aber auch nicht, wofür diese ganzen Dinge stehen. Also, dass ich, um etwas zu laden, auf F gehen muss für File und dann Load, das kann sich mir eigentlich kaum erschließen. Ich könnte es bestenfalls erraten. Also Visicalc lässt sich nicht erschließen. Visicalc muss man entweder kennen in der Bedienung oder man muss das Handbuch zurate ziehen, damit man mit Visicalc gut umgehen kann. Es geht nicht, dass ich es aus der Software heraus erschließe. Wie sieht es heute mit Erschließbarkeit in Software aus, in grafischen Nutzungsschnittstellen? Naja, das war genau das Tolle an grafischen Nutzungsschnittstellen, dass man jetzt weggegangen ist von solchen Systemen, in denen man irgendwelche Kommandos kennen muss oder in denen man irgendwelche Tastenkürzel kennen muss, zu einer Software, bei der am Bildschirm die Kommandos zu sehen sind. Dabei ist eigentlich jetzt nochmal relativ egal, dass ich die mit einer Maus auswählen kann. Das Wichtige an dieser Stelle bei der Erschließbarkeit ist, dass am Bildschirm steht, welches es sind und wie man sie auswählt. Also ein Button ist etwas, was mir die Auswahl ermöglicht, aber zum Beispiel die Angabe, welche Tastenkombination ich drücken muss, ist für die Erschließbarkeit genauso gut. Aber das ist einer der großen Vorteile des Übergangs zu grafischen Nutzungsschnittstellen gewesen. Wir sehen aber an diesem WordStar, was ja aus den 70er Jahren ist, dass es keine Neuerfindung der grafischen Nutzungsschnittstellen war, sondern auch da bei reinen Textbildschirmen schon möglich war. Es wurde nur nicht oft gemacht. Es ist eher eine, sagen wir mal, gestaltungskulturelle Frage, als dass es eine technische Frage gewesen wäre, ob es gemacht wurde oder ob es nicht gemacht wurde. Ja gut, dann müssen wir jetzt in einem Schlaraffenland sein, wo wir in einem Zustand sind, wo wir sagen, ja heute ist doch Erschließbarkeit überall gegeben. Das ist aber nicht so. Und einige Erschließbarkeiten sind explizit durch Eigenarten grafischer Nutzungsschnittstellen, also der heutigen Ausprägung grafischer Nutzungsschnittstellen, wieder in Gefahr geraten. Und darüber sollten wir uns mal Gedanken machen. Der Doppelklick zum Beispiel. Es ist am Bildschirm nirgends zu sehen, dass man Objekte per Doppelklick ausführen kann. Das steht ja nirgends. Auch ein Rechtsklick, dass ich mit Rechtsklick ein Menü kriegen kann, ist am Bildschirm nirgends zu sehen. Und das ist ein Problem für die Erschließbarkeit. Beide Techniken muss ich kennen oder zufällig drauf kommen, damit ich irgendwie dahin kommen kann. Erschließbarkeit ist sowieso deswegen immer in Gefahr, weil es einen Designkonflikt gibt. Bei WorldStar sah man das schön. Bei WorldStar war ja ein großer Teil des Bildschirms mit diesem großen Menü gefüllt, wo drauf stand, was ich alles machen kann. Ja, das ist aber ärgerlich. Dann habe ich ja weniger Platz. Und Platz ist natürlich immer etwas, was rar ist. Und wo wir auch an anderen Stellen für Strukturiertheit, für Erkennbarkeit etc. Platz immer brauchen. Das heißt, wir kommen immer in einen Designkonflikt, wenn wir für irgendeine unserer Forderungen Platz benötigen. Und für die Erschließbarkeit tun wir das hier. Bei WorldStar gab es deswegen die Möglichkeit, dieses Menü zusammenzuklappen. Dann sah man auch nur noch ähnlich wie bei AppleWorks eine Anzeige, dass man das Menü dann wieder öffnen kann. Aber es war nicht so dauerhaft zu sehen. Dadurch wurde die Erschließbarkeit etwas geringer, war im Zweifelsfalle mit einem zusätzlichen Aufrufen des Menüs verbunden. Also wir haben eine gewisse zusätzliche Sequenzialität. Und dafür ersparen wir sie wieder an anderer Stelle. Das heißt, wir haben hier einen Designkonflikt. Und den kann man auflösen in verschiedene Richtungen. Bedauerlich ist, wenn er komplett zulasten der Erschließbarkeit geht. Denn es soll ja nun mal gerade irgendwie noch erschließbar sein. Einen Zusatzschritt, das kann man sich vielleicht erlauben. Aber die Erschließbarkeit gänzlich fahren zu lassen, das sollte man lassen. Und leider passiert das aber. Und ich gebe euch dafür einige Beispiele. Schaut euch dieses hier mal an. Erschließbarkeit. Warum ist das hier problematisch? Fangen wir unten links an. Das ist der Kalender an macOS. Und da ist jetzt hier ein Fronleichnam eingetragen. Und ich habe dieses Zusatzfenster geöffnet. Wie schließe ich denn dieses zusätzliche Fenster eigentlich? Ich kann einfach irgendwo daneben in das freie Feld klicken und dann schließt sich das wieder. Das hat man relativ schnell raus, dass das so ist. Allerdings ist es problematisch im Sinne der Erschließbarkeit. Denn das steht nirgends. Das heißt, ich kann schon irritiert dadurch sein, dass das so ist, dass ich einfach in diesen freien Bereich klicken kann. Besser wäre das, wir würden unten einen kleinen zusätzlichen Schließen-Knopf haben. Der würde ja auch locker dahin passen, überhaupt gar kein Problem. Und würden zusätzlich natürlich es erlauben, dass man in das freie Feld klicken kann. Das heißt, wir würden die Leute nicht zwingen, darauf klicken zu müssen auf diesen Button. Aber wir hätten dann zumindest für die Leute, die das nicht wissen, wie man das sonst machen kann, eine Möglichkeit, die am Bildschirm erkennbar ist. Und damit wäre die Erschließbarkeit gewährleistet. Und in den beiden Windows-Beispielen auf der rechten Seite ist das ähnlich. Und ist dadurch, also dabei sogar noch etwas irritierender, weil hier eine Auswahl gegeben wird, bei der die zweite Option nicht sichtbar ist jeweils. Oben, diese App und alle dazugehörigen Infos werden deinstalliert. Also das passiert ja, nachdem man unten auf Deinstallieren geklickt hat. Ja, und jetzt habe ich offenbar nur die Möglichkeit, Deinstallieren zu sagen. Und kann das offenbar nicht abbrechen. Kann ich, indem ich einfach nicht auf Deinstallieren klicke, sondern irgendwo anders in das Fenster klicke. Aber warum wird denn diese zweite Option da nicht zusätzlich noch als Knopf angeboten? Der Platz ist ja da. Und unten mit der Frage wird es besonders kurios, finde ich. Also hier der Druckertreiber, da wurde auf Gerät entfernen geklickt. Und dann wird gefragt, möchten Sie das Gerät wirklich entfernen? Ja. Und die Option nein, ganz davon abgesehen, dass Microsoft mal wieder 100 Euro in die generische Knöpfelkasse einzahlen muss. Die andere Option fehlt einfach. Man muss dann wissen, dass man einfach irgendwo anders hinklicken kann. Das ist aber nicht ersichtlich und deswegen nicht erschließbar. Ich habe schon gesagt, Doppelklick und Rechtsklick sind auch solche nicht erschließbaren Operationen. Eigentlich auch der Linksklick nicht, aber ein paar Sachen wird man sich irgendwie merken müssen. Aber wenn ich jetzt eine Maus nehme und klicke zum Beispiel so ein Icon an, dann muss mir ja nicht klar sein, dass ich das per Doppelklick öffnen kann. Deswegen sollte immer die Möglichkeit bestehen, neben der Möglichkeit, dass ich das einfach einblende. Ich könnte ja dann zum Beispiel unten eine Einblendung machen. Bitte machen Sie einen Doppelklick, um diese Datei zu öffnen. Wäre die Möglichkeit und gab auch immer die Möglichkeit, dass ich das auch noch auf eine andere Art und Weise tun kann. Ihr seht es hier bei Windows XP. Diese Datei ist markiert und oben im Menü kann ich sagen, Datei öffnen. Auf dem Mac funktioniert das genauso. In aktuellen Windows-Versionen geht das nicht mehr, weil es dieses Menü gar nicht mehr gibt. Das heißt, dieser zweite Weg, um eine Datei zu öffnen, neben dem Doppelklick, ist mittlerweile verschwunden. Das kann man vielleicht verschmerzen, weil man sagt, das weiß ja nun wohl mittlerweile jeder, das ist so Usus geworden. Aber ich glaube, man verschätzt sich da, denn es gibt durchaus immer noch Leute, die Computer nicht so oft nutzen und damit vielleicht nicht rechnen oder die vielleicht heutzutage tatsächlich nur Smartphones und Tablets nutzen und auf sowas wie einen Doppelklick nicht kommen. Und da Ihnen eine zweite Möglichkeit nichts zu geben, eine erschließbare Möglichkeit zu nehmen, das ist keine gute Idee. Und das Gleiche gilt für das Rechtsklick-Menü, für das Pop-up-Menü, was ich ja machen kann. Ich kann ja auch die Datei mit der rechten Maustaste draufdrücken. Was passiert dann? Ja, es erscheint so ein zusätzliches Menü. Das ist auch nicht erschließbar. Ich kann es nicht irgendwie erraten, dass das so gehen kann. Besser ist es, wenn ich irgendwo etwas anzeige, mit dem ich das Menü dann öffnen kann. Und im Web-Bereich ist genau das üblich. Denn im Web-Bereich hat sich der Rechtsklick ja nie durchgesetzt, weil das auch mit den Browsern schwierig ist, einen Rechtsklick eben einheitlich umzusetzen. Deswegen wird in der Regel, wenn man etwas markiert, ein zusätzliches kleines Icon eingeblendet, so ein Burger-Icon, also drei Striche üblicherweise, und da kann ich draufklicken und dann erscheint das Menü. Das ist die erschließbarere Variante. Das wird mit einer der Gründe sein, warum Web-Anwendungen mitunter als einfacher bedienbar gelten als die entsprechenden Desktop-Pendants, weil die viele der nicht sichtbaren Design-Optionen verwenden. Im Bereich der Touch-Oberflächen, also der Smart-Geräte, wie man ja heute so sagt, Smartphone und Tablets, haben wir ähnliche Probleme, und zwar durch Elemente, die nicht sichtbar sind, sondern stattdessen vom Bildschirmrand hereingebracht werden. Schaut euch mal dieses hier an, eine iPhone-Ansicht des Browsers, und was habe ich hier für Dinge, die ich vom Bildschirmrand hereinbringen kann? Ich kann zum Beispiel die Anwendung beenden, indem ich von unten nach oben ziehe. Da gibt es aber immerhin einen optischen Hinweis, nämlich unten dieser schwarze Linie. Das heißt, ich kann diese schwarze Linie nehmen und hochziehen. Gut, es steht nicht dran, aber es ist immerhin optisch überhaupt etwas da. Um Systemeinstellungen zu ändern, also Einstellungen wie WLAN ein- und ausschalten, solche Dinge, die vielleicht wichtig sind, Bluetooth an, aus und sowas, was ja überall möglich ist, kann ich auch ein Menü vom Randhaus hereinbringen, und zwar indem ich oben das Batterie-Icon, beziehungsweise daneben das LTE-Icon von oben nach unten ziehe. Ja, aber das ist überhaupt nicht ersichtlich. Es gibt nichts an der Darstellung da oben, die mich darauf hinweisen lassen können würde, dass das geht. Ich habe also keine Erschließbarkeit für diese Funktionalität. Ich muss es irgendwoher wissen oder per Zufall mal darauf kommen, dass das so geht. Das ist immer bedauerlich. Also einen zusätzlichen Hinweis irgendwie, zumindest einen optischen, dass da irgendetwas ist, was man anfassen könnte, würde an dieser Stelle sehr helfen. Alles, was ich von den Seiten her hinein swipe, Windows 8 hatte das zum Beispiel auch, ich konnte über den rechten Bildschirmrand gehen, und dann kam ein zusätzliches Menü an der Seite, die sogenannte Charms Bar. Das konnte man im Prinzip nicht wissen, es sei denn, man hat es zufällig erfahren, oder hat sich entsprechend die Hilfe von Microsoft dazu angeguckt. Das ist ein ganz großes Problem im Bereich der Touch-Interfaces, so wie sie heute umgesetzt werden. Wo gibt es das noch? Was gibt es noch für Probleme, wo etwas nicht erschließbar ist in ganz üblichen Systemen von heute? Ja, wir waren gerade bei Touch-Geräten. Gesten-Interaktion, also, dass ich zum Vergrößern eines Bildes so machen kann. Das wird uns in der Werbung als unglaublich natürlich und ginge gar nicht anders verkauft. Das ist natürlich Blödsinn. Das muss man mal erlernt haben, dass das so geht. Und es gibt nichts am Bildschirm, was mir irgendwie klar machen würde, dass es so geht. Deswegen ist es oft so, dass Software, die viel mit Gesten arbeitet, am Anfang so eine Art Einführungsvideo hat oder Einführungsschritte am Anfang, wo einmal durch die Gesten geführt wird. Denn sonst kann man darauf nicht kommen, allenfalls durch Zufall. Ja, dass ich etwas mit Modifikationstasten machen kann. Also die Steuerungstaste, die Shift-Taste, die Alt-Taste oder Mac auch noch die Command-Taste, wir haben ja noch eine mehr hier, drücken kann, um etwas anders durchzuführen als sonst. Also zum Beispiel bei einem Drag-and-Drop, was normalerweise ein Verschieben auslösen würde, stattdessen ein Kopieren auslösen. Das kann ich ja durch Drücken von, ich glaube, der Shift-Taste oder ist es die Alt-Taste? Ich bin mir nie sicher. Ich muss es ja mal ausprobieren. Aber das ist ja schon, ich muss es ausprobieren, denn es steht nirgends am Bildschirm. Ich weiß zwar, dass es geht, aber auf den Tasten steht ja auch nicht, was geht. Also es ist nicht erschließbar, was dann passiert und dass überhaupt eine Möglichkeit besteht. Und auch das allgegenwärtige Drag-and-Drop oder so allgegenwärtig ist vielleicht Drag-and-Drop gar nicht mehr, aber dass die Interaktion mit der grafischen Nutzungsschnittstellen mal groß geworden sind. Auch dieses Drag-and-Drop ist nicht erschließbar. Leider nicht. Denn woher soll man das wissen, dass man ein Objekt von hier nach da verschieben kann? In Situationen, in denen das üblich ist, kann man sagen, na gut, das weiß dann jeder. Also so ein Explorer und Desktop und solche Dinge. Aber wenn ihr andere Bereiche habt, ihr könntet zum Beispiel Blöcke von Text einfach umsortieren, woher soll man es wissen? Zumindest irgendein optischer Hinweis wäre gut, also dass da etwas ist, was man anfassen kann mit der Maus. Wenn man das zumindest hat, dann hat man zumindest einen, wenn auch nicht besonders differenzierten, aber doch einen Hinweis an dieser Stelle. Soviel zunächst zu diesem Video und zur Erschließbarkeit. Es geht aber gleich mit der Erschließbarkeit noch mal weiter mit nämlich ein paar Techniken, wie man Erschließbarkeit mit anderen Forderungen unter einen Hut bringen kann.